Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe euch heute wieder eine Schnipselparty mitgebracht. Das heißt, viele kleine kurze Telefonate mit den Betrügern, die leider nicht für ein ganzes Video ausgereicht haben, aber trotzdem etwas Aufklärungscharakter haben und viel zu schade zum Wegschmeißen wären. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen vielen kleinen kurzen Telefonaten. Wunderschönen guten Tag, sprich mit Herr Lothar Steiner. Ich rufe an wegen Ihrer Handelsaccount. Toll. Haben Sie jetzt Zeit? Mhm. Herr Steiner, wollen Sie jetzt nicht sprechen? Na doch, wieso? Was denn? Okay, können Sie mich bitte auf normalen Stecker stellen, weil ich höre mich. Was für ein Ding? Können Sie bitte mich von laut und ausschalten? Nö. Nee, okay, gut. Sagen Sie mir bitte, Sie wollen benutzen diese Handelskonto. Wofür haben Sie sich registriert? Ja, mal gucken. Was wollen Sie gucken? Ja, so ist die Seite. Okay. Haben Sie selber Erfahrung? Hm. Nee, okay. Wie jung sind Sie? Was geht denn Sie das an? Sie ruft eine fremde Frau an und fragt mich persönliche Sachen. Was soll denn das? Ja, klar, weil Sie haben Ihre Daten selber gelassen bei uns. Aha. Können Sie das beweisen? Äh, Herr Steiner, sagen Sie mir bitte, wie jung sind Sie? Nein. Okay, ich weiß nicht, ob Sie sind 18 Jahre, ob Sie dürfen mit uns überhaupt arbeiten, oder nicht? Ja, bin ich. Okay, gut. Wenn Sie wollen, ich mit mir spreche, würde ich Sie verleiten. Ich wünsche Sie einen schönen Tag noch. Ja, wünsche ich dir nicht, du Kakerlake. Tja, also anhand des Gesprächsverlaufs lässt sich wieder wunderbar erkennen, dass das ja kein seriöses Telefongespräch von irgendeinem seriösen Callcenter gewesen sein kann. Denn, tja, jedes seriöse Callcenter hätte vielleicht auch mal ein paar Begründungen dazu gehabt, warum es irgendwelche Daten von euch braucht. Auch mal ganz davon abgesehen, dass man diese Informationen, glaube ich, in einem seriösen Telefonat nicht zu Beginn abfragt. Aber gut. Schauen wir mal weiter, wie es weitergeht mit dem nächsten Telefonat. Ah. Hallo, schon einen guten Tag. Spreche ich mit Herr Bastian? Ja, und spreche ich mit der gehirnlosen Kakerlake? Kakerlake sind Sie selbst. Warum beschimpfen Sie denn? Ja, weil, weil ihr eine gehirnlose Kakerlake seid, die nichts drauf haben und die Leute bescheißen. Gehörlos sind Sie selbst. Herr Bastian, ich beschimpfe Sie nicht. Ja, aber ich beschimpfe dich. Außer, dass Sie sind ganz dumm. Ja, ach, du beschimpfst mich nicht. Dann beschimpfst du mich doch. Mensch, Kakerlake hat's bewiesen, dass es eine Kakerlake ist. Gleich eingangs das Gespräch. Sie sind selbst. Sie sind selbst für eine Kakerlake. Ja. Das ist auch korrekt, bitte. Saufen Sie morgens zum Frühstück in sektenspray? Nein, mit dummen Menschen mache ich kein Triff. Ja, Mensch. Und jetzt sprechen ich dumme Menschen. Oh, dumme Menschen lassen sich von dir nicht abzocken, ne? Oh. Abzocken? Ja. Warum sprechen Sie denn da so romantisch? Ja, weil Sie eine Kakerlake sind. Also haben Sie in Ihrem Leben Frau? Nee. Oder reifst Sie einfach Frauen nicht? Genau deswegen sprechen Sie so. Nö, ich mag keine Frauen. Also nicht so in meinem Umfeld. Sie, Sie mögen keine Frauen? Nee. Sie mögen Männer? Ja. Ja? Ja. Ach so, ich hab solche. Genau deswegen also. Lieben Sie meine Stimme nicht. Ja, genau. Also wenn ich jetzt Telefone an einem Mann gebe, dann dürfen Sie lieber sprechen? Ja, ist ja trotzdem Kakerlake. Wer ist Kakerlake? Na, ihr da alle in dem Raum. Ihr seid ja, das ist ja voll mit ungeziefert bei euch. Ich finde, ihr müsstet da mal einen Kammerjäger kommen lassen, weil das ist ja schon quasi toxisch, was da bei euch ist. Nicht, dass sich da irgendwie Bakterien und sowas ausbreiten bei den ganzen Kakerlaken. Genau deswegen sprechen wir mit Ihnen so, wie mit einem Idiot spricht. Ja, Mensch. Das ist ein Dummkopf. Ja. Verstehen Sie? Dummkopf. No, aber immerhin kein Betrüger, ne? Und kein Abzocker. Und ich bin auch kein bandenmäßiger Betrüger. Abzocker machen Sie selbst und Betrüger sind Sie selbst. Ja. Ich brauche mich nicht zu beschimpfen, sondern wer sich gegen die Anzeige macht. Verstehen Sie mich? Ja, da bitte ich drum. Mach das mal, kleine Püppi. Kakerlake. Abzocker. Betrüger. Los, Betrüger, zeig mich an. Betrüger, zeig mich an. Abzocker. Ja, ich glaube, hier braucht man gar nicht mal so viel dazu sagen. Ja, die nette Tante hat ja super reagiert. Ich meine, sie ist ja noch halbwegs vernünftig und nett geblieben. Aber, naja, ich glaube, jedes seriöse Unternehmen wäre da eigentlich auch ein bisschen anders gewesen. Gut, man weiß es nicht. Ich war ja auch nicht ganz nett. Wobei, ich habe noch die netten Wörter benutzt von den schmutzigen Wörtern. Aber gut, lässt sich drüber streiten. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Telefonat. Hallo? Ja, hallo. Guten Tag, mein Name ist Eduard. Ich habe bei Ihnen angerufen, weil Sie bei uns ein Handelskonto registriert haben. Habe ich das, ja? Bitcoin-Code. Aha. Sehr interessant. Spreche ich mit Klaus Ablassend? Ja. Dann wissen Sie, über was sprechen wir. Weiß ich das? Nö, eigentlich nicht. Wie bitte? Ja, weiß ich nicht. Was wollen Sie denn? Sie haben bei uns ein Handelskonto registriert. Ja. Sie haben das gemacht. Wann denn? Und ich bin hier... Äh, warten Sie kurz. Sie haben das vorgestern gemacht. Aha. An welchem Datum denn? Ich sage eine Witte. Ich habe ja gesagt vorgestern. Heute ist 20. Zwei Tage Fahr. Und um wie viel Uhr? Können Sie die Frage nicht beantworten, oder was? Ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag weiter. Wenn Sie wie ein Kind... Ach ja, nur wenn man mal was nachfragt, dann können die Kriminellen nicht antworten, oder was? Nein. Ich habe Ihnen gesagt, was Sie das gemacht haben. Würden Sie auch die Uhr, würden Sie sagen, wie viele Sekunden war, oder was? Wissen Sie, über was sprechen wir ja trotzdem. Nö. Und dann, was möchten Sie wissen? Einfach. Welche Uhrzeit und welches Datum das angeblich zustande gekommen ist? Ich habe Ihnen gesagt, zwei Tage, zwei Tage. Falls Sie haben bei uns ein Handelskonto registriert. Ja, und um wie viel Uhr? Okay, schönen Tag weiter. Betrüger, Abzocker, Sie sind ein Krimineller, mehr sind Sie nicht. Ja, ja, ja. Sie sind ein Kind und Sie wissen nicht, was Sie sprechen und so weiter. Genau, sowas sagen die Kriminellen, genau. Ja, ganz genau, ganz genau. Wie Sie möchten. Tschüss, schönen Tag weiter. Ja, tschüss, du Betrüger. Tschüss, tschüss. Ja, Betrüger. Ja, so langsam wundere ich mich tatsächlich, weil die meisten sind ja jetzt irgendwie in letzter Zeit nett. Aber, hm, gut, nett ist ja auch immer eine Auslegungssache. Aber letztendlich, tja, hier hat man wieder gesehen, in was für einem Callcenter man eigentlich wirklich gelandet ist. Denn, naja, seriös kann es auf jeden Fall schon mal nicht gewesen sein, denn er hat ja auch keine Lust gehabt, irgendwelche Fragen zu beantworten. Liegt vielleicht auch einfach daran, weil er es nicht konnte. Oder weil die Fragen halt in der Regel immer sowieso automatisch dazu führen, dass der Betrug aufliegt. Weil man kann es ja halt gar nicht vernünftig seriös beantworten. Und wenn man solche Fragen stellt, naja gut, dann ist auch dem Betrüger irgendwie klar, dass der Kunde hier schon auf Krawall gebürstet ist und definitiv gleich herausfindet, dass es Betrug ist, wenn er es noch nicht gewusst hat. Tja, schon Wahnsinn, was die Betrüger sich so immer wieder einfallen lassen. Aber, naja, die Seriosität heben sie irgendwie in keinem Callcenter an. Sie zeigen immer irgendwie, dass es Betrug ist. Naja, machen wir mal weiter. Will ich mit Herrn Schimmeldöner verwunden? Schimmeldöner, ja. Schönen guten Tag, Jonas Rosenberg ist aber parat. Und ich melde mich bezüglich ihres Handelskontos, was Sie auf dem Finanstag aktiviert haben. Haben Sie vielleicht Zeit? Was ist denn da los? Bitte? Ja, was ist denn da los? Nochmal bitte. Was ist denn da los? War es sehr gut? Ja. Na, was ist denn da los? Ja. Das war wieder einer von der schnellen Sorte, der keine Lust hatte, irgendwas großartig zu erklären und zu erzählen, was da mit seinem Unternehmen nur los ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er mich auch einfach nur nicht verstanden. Auf jeden Fall weiß ich nicht, was das werden sollte. This is Alice, how are you, sir? Oh, oh. Hello? Ja, hello. Do you speak English, sir? No. Okay. Tja, wieder eine von der Sorte, die einfach in der englischen Sprache anruft, obwohl die Anmeldung aus Deutschland erfolgt ist und naja, eigentlich müsste man denn auch wissen, wenn man eine deutsche Rufnummer anruft, dass da wohl jemand rangeht, der deutschsprachig ist. Aber irgendwie versuchen es die Callcenter trotzdem immer wieder. Ich meine, irgendein Dummer wird ja vielleicht immer mal rangehen. Irgendeine Lösung oder irgendeinen Grund muss es ja haben, warum die einfach mit einer englischen Hotline in Deutschland anrufen. Hallo, guten Tag. Nächster, mein Name ist Herr Hausmeister. Ja. Also entweder hat er jetzt hier aufgelegt, weil er mitbekommen hat, dass Hausmeister kein vernünftiger Name sein kann, oder er hatte schon mal den anderen Herrn Hausmeister am Telefon. Das könnte natürlich auch eine Möglichkeit sein, warum er so schnell das Gespräch hier schon beendet hat. Ja. Hallo, ich grüße Sie, guten Tag. Ja. Darf ich mich her, sir? Ja. Hier ist der Mahenkel von der Online-Handelsplattform. Okay. SixTrades.com. Es geht bitte Handel mit Bitcoin, mit Aktien, wissen Sie das bestimmt, ja? Weiß ich nicht, nö. Woher denn? Sie können bitte bei uns mit verschiedenen Kryptowährungen handeln, mit Aktien handeln und damit können Sie potenziell Geld verdienen, ja? Ach so. Haben Sie schon mal Erfahrung damit? Nein. Nein. Okay. Eine Sekunde bitte, ich werde unsere Plattform zeigen und alles erklären, ja? Aha. Okay. Womit können Sie jetzt einloggen? Mit Handy oder mit Computer? Wie meinen Sie das? Also, Sie haben Computer dabei jetzt momentan? Einen Computer kann man nicht dabei haben. Das Gerät ist dafür viel zu schwer. Ja. Ja. Okay. Sie sind bei uns als Kunde registriert. Warum haben Sie bei uns Anmeldung gemacht? Was war Ihre Vorstellung eigentlich? Weiß ich nicht. Mir sagt ja nicht mal der Name was. Eine Sekunde bitte. Ja. Ja. Und dann hat sie einfach direkt aufgelegt. Oh. Um dann einfach nochmal anzurufen und soweit ich mitbekommen habe, will sie dann auch jemanden anders haben und merkt erstmal nicht, dass ich direkt wieder dran bin. Hallo, ich grüße Sie. Guten Tag. Ja. Hier ist Emma Henkel, bitte, von der Online-Handelsplattform. Sex Trade. Es geht Handel mit Bitcoin, mit Aktien, wissen Sie das bestimmt, ja? Wen wollen Sie ihn sprechen? Ich möchte mit Gustav Rentorte sprechen, bitte. Hm. Und hier ist Emma Henkel von der Online-Handelsplattform. Sex Traders. Also Sie sind Frau Henkel. Genau, von der Online-Handelsplattform. Und Sie rufen von Sex Trade an, also von irgendeiner Sex-Plattform. C. C. X. Traders. Das ist Online-Handelsplattform. Sie können bei uns mit Bitcoin-Handel, mit Kryptowährungen und damit können Sie potenziell Geld verdienen. Das klingt aber illegal. Haben Sie schon mal damit Erfahrung? Ne. Ich mach keine kriminellen Sachen. Was ist kriminelle Sache, bitte? Das klingt illegal. Was ist illegal, bitte? Das sind internationale Unternehmer. Und jeder handelt mit Bitcoin oder mit Aktien, ja? Mhm. Heute ist ein 22. Jahrhundert. 22. Jahrhundert haben wir jetzt schon. Okay. Dann leben wir wohl in einer ganz anderen Zeitwelle. Also, Herr, wir sind Gustav Rehn-Porte, bitte? Ja. Und Sie ist definitiv die Lady aus der Zukunft. Sie hat ja ganz klar gesagt, wir sind im 22. Jahrhundert. Also kann man ja definitiv nicht im gleichen Jahrhundert leben. Oder was meint ihr? Ich mein, ja, keine Ahnung, wie die darauf gekommen ist, aber das beweist definitiv, dass Sie die nur von der Straße haben können. Also, ganz ehrlich mal. Okay. Aber das müssen Sie besser betonen. Das heißt, Renn-Torte. Okay. Womit konnten Sie bitte jetzt einloggen? Ich werde unsere Plattform zeigen. Wo soll ich denn mich einloggen? Was ist denn da nicht gemeint? Haben Sie bitte daran Interesse mit Bitcoin zu handeln oder mit Aktien? Nein. Na, hatten wir die Frage nicht bereits schon erledigt? Herr Gustav? Nee, Renn-Torte. Nicht Herr Gustav. Aber Sie sind Herr Gustav, richtig? Nein, Herr Renn-Torte. Okay. Machen Sie Spaß, oder? Nee. Aber Sie scheinen ja ein bisschen behindert zu sein. Ich mache bitte einfach meinen Job. Nee. Und Sie sind bei uns als Kunde registriert. Nochmal, nee. Und besitzen Sie ein Handelskonto auf unserer Plattform. Aha. Ist ja zutiefst erschütternd, was Sie da von sich geben. Okay. Ja. Ich möchte bitte Ihr Handelskonto zeigen auf unserer Plattform. Ja, wozu? Was habe ich dann davon? Okay. Und womit konnte Sie es einloggen? Mit Handy oder mit Computer? Aha. Also Fragen werden nicht beantwortet. Also da setzt dann wohl die Intelligenz gleich zu Beginn aus. Aha. Und Sie wollen eine Tradingbank sein? Ist ja peinlich. Okay. Auf Wiederhören. Ciao. Ja, Wiedersehen, Ihr Betrüger. Ja. Wahnsinn. Also, ich meine, wir kennen das ja nun hier schon von allen anderen. Aber es ist immer wieder das Gleiche. Fragen beantworten können Sie nicht und die Intelligenz setzt gleich von Anfang an aus. Namen aussprechen sind gar nicht so wichtig, weil es doch scheißegal, wie der Kunde angesprochen werden möchte. Das spielt ja alles keine Rolle. Und letztendlich geht es ja eigentlich nur darum, dass Sie das Geld eingezahlt bekommen. Tja. Aber, dass Sie so keinen Umsatz mit mir machen, ist denke ich mal logisch. Sollte bei Euch natürlich auch nicht passieren, du? Ruba? Ja? Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag mit Ruba. Ja? Thomas Kurke ist mein Name, bitte. Äh. Ich melde mich zu der Online Trading Platform. Online Handels Platform, ist das? Äh. Bestimmt, kennen Sie schon das, oder? Ich meine jetzt, Sie sind. Wissen Sie worüber ich spiele? Entzücken. Bitte? Entzücken. Ich hab nicht verstanden. Also, können Sie mich sehr leuglich sprechen? Beutlich versprachen. Ich hab nicht verstanden, bitte. Sprechen Sie auf Deutsch? Ja. Und du? Kakerlake? Trüge Absacker? Also, sind Sie Herr Kakerlake, oder? Hierüber. Also, spreche ich mit Herr Kakerlake? Dein Gesicht stinkt. Stimmt. Ja, sind Sie Herr Kakerlake. Gut. Dann Herr Kakerlake. Sie haben sich registriert bei uns, ja? Nun, Sie haben ein Konto bei uns. Nein. Sie haben bei uns ein Konto. Haben Sie Ihre Mitgliedschaft nicht gekündigt? Ich glaube, ich bekomme noch 99,99 von Ihnen. Also, genau. Deswegen melde ich mich jetzt Herr Kakerlake. Ja, ich bin jetzt zuständig, dass Sie es bekommen von uns. Bescheid, ja? Toll! Wow! Super! Also, wissen Sie, worüber es geht, ja? Mann! Wahnsinn! Super Angebot! Ja! Das wollen wir alle haben! Also, Herr Kakerlake. Sind Sie draußen schon oder sind Sie zu Hause? Hören Sie mich bitte? Ja, ich kann dich hören, Klaus Kasper, du. Okay. Okay. Herr Kakerlake. Dann, wie können Sie investieren? Na, mit dem Finger auf der Tastatur! Mit welcher Möglichkeit haben Sie bitte? Mit meinem Zauberstab. Wo sind Sie jetzt? Jetzt bin ich im Schlafzimmer. Und jetzt bin ich im Flur. Aha. Sind Sie zu Hause? Hier ist das Kakerlake-Telefon. Also, sind Sie alleine oder ist jemand nicht dazu? Sie haben ein wunderbares Angebot. Ich habe kein Angebot für Sie. Sind Sie alleine, oder? Wie bitte? Sind Sie alleine? Was wollen Sie? Also, ich habe gefragt, ob Sie alleine sind. Und warum haben Sie das gefragt? Also, das ist meine Sache. Ich muss es wissen. Sind Sie alleine, oder ist jetzt jemand dabei? Ja, ich habe ganz viele Freunde. Also, alleine sind Sie, ja? Guten Tag. Oder Sie sind viele Kakerlake jetzt? Zusammen sind Sie viele Kakerlake, ja? Ja. Okay. Dann, ich will jetzt mit der zweiten Kakerlake sprechen. Ja. 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 Mit Sie habe ich steine jetzt, also darf ich mit jemand anderem Kakerlake sprechen? Warum? Also, ich muss Ihnen was erklären. Ja. Aha. Können Sie das Anruf weiterleiten? Ne. Warum nicht? Kaputt. Da ist der Stecker abgebrochen. Caput. Ah, Handelsplattform. Können Sie sagen Handelsplattform? Handelsplattform? Wissen Sie, was das Handelsplattform ist, ja? Ja, in dem aller Orte im Internet. Aha. Wie viel haben Sie verloren, Herr Bakalage? Nichts. Und du? Also, dass der wieder am Telefon geblieben ist, wundert mich wirklich. Ei, ei, ei. Die haben wohl wirklich auch viel zu viel Zeit in diesen Callcentern. Aber grundsätzlich geht es ja auch einfach nur darum, Zeit auszugeben, um Geld zu bekommen. Mehr ist es ja dann nicht in diesen komischen Callcentern. Aber nett. Naja, ich habe euch noch ein Telefonat mitgebracht. Ja, das ist ja egal. Dann habe ich lieber andere Sprachen am Telefon als so ein Krachter am Hintergrund. Entschuldigung, ich kann das nicht ändern. So, dann kann ich auch nicht ändern. Dann ist Ihre Firma unseriös. Okay, dann bitte, warum haben Sie sich registriert bei uns? Ja, weil ich dachte, ich lande bei einer seriösen Firma, aber bei Ihnen läuft ja Musik im Hintergrund. Das ist nicht seriös. Ja, und ich bin auch lauers Sprecher, und? Ja. Aber ich... Sie wollen jetzt nicht unterhalten? Soll ich morgen anrufen? Nee, gar nicht mehr, weil ich finde, dass ihr einfach nur ein unseriöser Laden seid. Aber wofür lassen Sie denn Ihre Daten bei uns? Ja, habe ich doch gerade erklärt. Sag mal, sind Sie blöd oder was? Ich habe Ihnen erzählt, ich wollte bei einer seriösen... Jetzt halt doch mal deinen Rand. Ich habe gesagt, ich will bei einer seriösen... Ich habe gesagt, ich will bei einer seriösen Firma... Naja, wenn du meine Begründung nicht hören willst, dann hast du... Ja, bist du bescheuert? Bist du bescheuert? Du hast mir eine Frage gestellt. Hast du irgendwie einen Lattenschuss? Klemmt da irgendwas in deiner Birne? Ja, mehr als du scheinbar. Viel mehr als du scheinbar. Entschuldigung, Herr Steiner, ich kann Sie nicht hören, weil Sie sagen so laut, entsprechend so undeutlich, dass ich kein Wort verstehe. Ja, da habe ich kein Problem mit. Ich bin immer anständig deutsch. Genau, sagte die Kakerlake. Oh, Herr Steiner, ich denke, dass... Sie müssen erst mal anständig mit Menschen lernen reden und dann wir können mit Ihnen unterhalten. Weißt du was ich denke? Du hörst dich bald selbst auf YouTube. Oh, vielen Dank. Ich kenne solche Menschen wie Sie. Ja. Ja, ich weiß. Wünsche ich dir nicht, Kakerlake. Ich wünsche dir Deutsch und sprechen Sie anständig mit Menschen. Mhm, das wäre schön, wenn du das auch mal schaffst, du Kakerlake. Äh, ich wünsche Sie allen schönen Tag noch. Bleiben Sie gesund. Wünsche ich dir nicht, du Kakerlake. Jo, wünsche ich dir nicht. Ich hoffe, du wirst krank. Oh Mann, was will man dazu eigentlich noch sagen? Die Kakerlaken, die werden mittlerweile ganz schön frech, finde ich. Vor allem, dass sie einem immer noch vorwerfen wollen, dass man kein Deutsch könnte. Naja. Und das Beste ist natürlich, wenn sie immer Unfreundlichkeit vorwerfen und dabei ja den Kunden eigentlich nie ausreden lassen und nur dazwischen sabbern. Und dann kommt da meistens auch nur Dünnes raus. Naja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ein Abo wäre toll. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.